Aber, na komm, na komm, natürlich gibt es selbst in der FDP noch Sympathieträger, zum Beispiel, genau, unseren Wirtschaftsminister. Das ist auch wie Abwrackprämie leerlaufend, da gibt es viele Beispiele, die eben bei dem Sammelsurium nicht in Ordnung waren, aber es hat auch positive Impulse, es ist eine Mischungsfeier, so ein Sammelsurium, Bauchlatten, ein Teil des Bauchlatten ist gut, wie bei Wurstmerkse, ein Teil schmeckt nicht. Ich muss jetzt, ich muss zugeben, ich habe im Mittelteil was nicht verstanden. Können wir das vielleicht nochmal haben mit Untertiteln, das wäre schön. Das ist auch wie Abwrackprämie leerlaufend, da gibt es viele Beispiele, die eben bei dem Sammelsurium nicht in Ordnung waren, aber es hat auch positive Impulse, es ist eine Mischungsfeier, so ein Sammelsurium, Bauchlatten, ein Teil des Bauchlatten ist gut, wie bei Wurstmerkse, ein Teil schmeckt nicht. Ach so, ach so, ja, ja, ja. Jetzt habe ich es immer noch nicht verstanden.